Herzlich Willkommen zurück zu FIFA 23 Karrieremodus als Manager mit dem 1. FC Saarbrücken. Heute steht das erste Ligaspiel gegen den VfL Osnabrück vor uns. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, starten wir direkt rein in die Pressekonferenz. Ja, in der Vorbereitung gute Leistungen, naja, wie gesagt, ein Sieg, zwei Unentschieden aus dem Vorbereitungsturnier, aber der Kader ist ja stark. Natürlich ist er stärker, als ich dachte. Ist ja nicht so, als würde ich den in- und auswählen, wenn ich gerne als FC-Fan kann das Team dieses Jahr Meister werden. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Titel ist Pflicht. Man jedes Jahr weiß, Titel ist Pflicht. Eine Menge Druck. Transferfenster ist offen. Keine Neuzugänge. Wir sind überall gut besetzt. Auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist, ich bin noch am überlegen. Äh. Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Dankeschön. Danke, Karen. Äh, ich bin auf jeden Fall am überlegen, ob wir uns nicht noch, äh, folgenden holen. Und zwar, ja, das ist der Luca Schnellbacher vom Erzrivalen SV Elbersberg. Der Typ ist nämlich verdammt gut. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir starten in die erste Partie. Gucken noch einmal. Wobei wir eigentlich vielleicht noch noch ein Backup 6er bräuchten. Und vor allem auch noch ein Backup 10er. Weil ich bin ganz ehrlich, Biada ist meiner Meinung nach so überhaupt nicht das grüne. Ne, das gelbe vom Ei, das grüne. Lul. Ähm, äh, 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 57 Tempo, das ist halt, ja, ziemlich, ziemlich schwach, meiner Meinung nach. Wenn es gut läuft, kriegen wir guten Jugendspieler. Das wäre nicht schlecht. So, also, gegen den VfL Osnabrück. Wir spielen immer noch auf Weltklasse 5 Minuten Halbzeitlänge. und es wird regnen. Was für ein Duell. Reizvoller geht's fast nicht mehr. Da steckt einiges drin. Da ist ein klasse Spiel vorprogrammiert. Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Jetzt die Frage. Perfekt. Habe ich nicht die, ähm, habe ich nicht die Kommentatoren ausgeschaltet? Ah, anscheinend nicht. Okay. Machen wir das schnell und ja, wir spielen sind wir ja gleich die Aufstellungen. Ich lasse einfach mal ja, hier schönes schönes transparent für Buds die Legende. ich lasse einfach mal die Cutscenes laufen. Falls ich das in Zukunft irgendwie überspringen soll, gerne in die Kommentare schreiben. Sebastian Jakob hat im letzten Spiel, im Vorbereitungsspiel zwei Tore gemacht. Da ist er der schnellere Stürmer. Wie gesagt, Grimaldi bin ich nicht so überzeugt. Deswegen halt eben auch die Überlegung vielleicht nicht doch Lukas Schnellbacher zu verpflichten. Ja, die Choreo wie in jedem Spiel gleich. Also wir spielen mit folgender Aufstellung Bad Sieben Tor Dominik Ernst rechter Verteidiger Rizzuto linker Verteidiger Tölke und Böder in der Innenverteidigung Zeitz der Kapitän auf der Sechs Kerber auf der Zehn Günther Schmid und Neudenker auf links und rechts außen Grimaldi und Jakob Sturm die Osnabrücker spielen mit Philipp Kühn im Tor also auch Kapitän die Mafi und Beermann innen Trauré Kleinhansel Außen Tesche Köhler Wulf Mittelfeld und Sturm oder Wulf und Engelhard habe ich das richtig gesehen so wir schalten auf Offensiv und würde ich sagen Anstoß los geht's und direkt mal der lange Ball aus also ich spiele immer ich spiele immer die wenn ich Anstoß habe den ersten Ball immer direkt auf die Außen weil ich spiele im Allgemeinen sehr sehr gerne über die Außen so kriegt der Ernst den noch sehr schön Zeit Grimaldi und Schick Günni so in der Mitte ist ja genug Platz wäre gewesen aber leider sind die Spieler etwas zu langsam noch war kein Abseits Günther Schmidt mit dem 1-0 wunderschön ins rechte Ecke schlenzt machst du halt auch nichts mehr als Verteidiger ja und der Tormann sieht sowieso alt aus 1-0 siebte Minute Günther Schmidt so kann es doch weiter gehen so Kerber hier schön jetzt noch vernünftig nachgesetzt hätte ganz stark verteidigt jetzt treibt den Ball voran ja Neudecker hätte ihn kriegen können Jakob ja schießt nur na gerade schade aber Eckball ausgeführt von Luca Kerber und da ist es 2-0 Sebastian Jakob Kopfball das läuft doch super 12. Minute top 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 ich dachte zuerst Tormann kommt raus und holt den Ball aber habe ich mich wohl geirrt umso besser für uns wir führen 2-0 abseits Rizzo auf Günter Schmidt einfach mal Seitenwechsel machen auf Neudecker ist Dribbelwunder aber verliert leider den Ball war auch kein Elfmeter ja schade 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 aber Günter Schmidt einen Schritt zu langsam beziehungsweise eigentlich auch schon zu dicht am gegnerischen Torhüter ihr wunderbare Verteidigungsarbeit Kerber und da schicken wir einfach mal den Günter Schmidt und hoffen dass der Grimaldi groß genug ist leider nicht ja so fängt es an so fängt es an ernst kriegt er nicht mehr und ja das war extrem schlecht verteidigt von mir und da schallert es auch direkt zum 2-1 durch Simacolor aber es sind ja auch erst 25 minuten gespielt ist ja noch nicht aller wie wie sagt man das aller tage abend sagt mal das ich denke mal das wäre abseits gewesen wenn er an den ball gekommen wäre so wie gesagt das kriegt da nicht mehr das problem für mich ist immer der der start der saison weil wie gesagt halt noch meinem trainer und so ist halt immer ein bisschen ein bisschen schwierig mit wegen fehlender bissigkeit und moral und da haben die auch nicht immer so die die ausdauer die man sich so wünscht dann sind die in den ersten spielen halt immer kaputt und das ist schon ein bisschen nervig manchmal aber ich denke mal das ist ja irgendwo auch bisschen realistisch gehalten so Zeitz Günther Schmidt super Doppelpass auf Jakob kriegt da nicht mehr Zeit schade okay das hat mich jetzt überrascht dass der noch ankommt na ich wollte eigentlich flach spielen schade ich denke mal hätte ich flach gespielt wäre da wahrscheinlich auch reingegangen er kam nichtsdestotrotz kam er ziemlich gut aufs Tor und zum Eckball wird erstmal nichts aber Pille ist noch heiß na ne kriegt da nicht mehr so na ernst fliegt erstmal hier mies vorbei Gegner lässt ihn aussteigen und schlafen und batz hält ihn wunderbar Eckball für die Osnabrücker schlecht Erklärungsversuch von Jakob aber direkter Konder Versuch leider verkackt so wo ist mein Außenparteidiger stark abgegrätscht und Böder ist da in der Mitte Ball ist immer noch heiß ist jetzt muss ich aufpassen aber Halbzeit wir führen zur Halbzeit mit 2 zu 1 durch ein Tor von Sebastian Jakob und ein Tor von Julian Günther Schmidt und dann müssen wir auch schon wechseln Grimaldi ist fertig bring mal Rabihic oder Kuni das ist hier die Frage ich würde eigentlich sagen Rabihic Kaus kommt für Rizzuto und ich würde sagen den Rest lassen wir erstmal ich denke mal dass man im Verlauf Jakob rausholen Kuni bringen außerdem Zeitz könnte dann für Böder oder Tölke je nachdem wahrscheinlich eher für Tölke in die Innenverteidigung rutschen und Dave Knase kommt dann als Sechser rein als frischer Sechser da ist ja auch wichtig dass im Verlauf des Spiels eben die Sechs auch stabil steht wie hier Zeitz der ist noch gut dabei verteilt auch gleich weiter an Jakob und Rabic kriegt den leider nicht und aber jetzt kriegt er ihn super gestanden und Rabic macht drei Minuten nach der Pause das 3 zu 1 Wunderschön drangeblieben am Ball hier von Günther Schmidt und ja er ist kalt verwandelt aus 5 Metern ins Halbruhe Eck machte als Dormann nichts mehr die Flanke hätte deutlich besser ausfallen können wir sind hier die die Außenverteidiger sind mal ein bisschen zu offensiv das war Gott Gott sei Dank war das nur so ein Billowschuss weil von Gauss war das extrem schlecht verteidigt und natürlich auch ganz schlecht den Ball vorangetrieben so wenn man jetzt ich wollte gerade sagen nicht gleich dazwischen gehen kommt der noch an ja kommt an aber findet keinen Abnehmer das war schon wieder oh was machst du jetzt aber stark Junge direkt immer der schnelle Ball nach vorne aber wie man sieht ist nicht immer hilfreich ja wenn sich der ein oder andere der das Video sieht fragt warum ich zu zu einem solch späten Zeitpunkt das könnte abseits gewesen sein aber das ist das 3 zu 2 von Osnabrück ja komm ja komm raus für kuni kommt bestimmt auch auf der 10 spielen oder auch nicht nicht so und so aber ich mach's anders geht erneut Decker einfach auf die 10 und Scheu kommt auf die Außen ja wie gesagt falls der ein oder andere sich fragt warum warum zu so einem späten Zeitpunkt im FIFA Jahr Jahreszyklus hier noch ein neuer Manager Karrieremodus angefangen wird einfach so ein bisschen auf das neue schade auf das neue EA Sports FC 24 ja ein bisschen wenn wir sagen heiß machen ähm da ich glaube dass es ja im Endeffekt schon ein bisschen anders wird oh das könnte gefährlich werden und das ist 3 zu 3 in der 70. Minute durch Teche müssen wir uns mal ein bisschen konzentrieren hier nochmal aber nicht so ja wie gesagt äh natürlich wird es zum allergrößten Teil ähm dasselbe sein wie wie jedes Jahr FIFA halt ne und ähm aber weil die halt eben ich weiß es halt nicht so ganz nur weil die die Namensrechte von äh von FIFA hatten ob dann nicht halt die FIFA an sich auch noch die Finger im Spiel hatte gut gehalten von Batz übrigens ähm ja wie gesagt glaubt ihr nicht die FIFA auch noch äh ziemlich die Finger im Spiel hatte und ähm vielleicht auch so manche Entscheidungen ja das ist 4 zu 3 für Osnabrück ähm vielleicht auch so manche Entscheidungen äh anders gelaufen wären wäre die FIFA nicht gewesen das sind halt alles nur so Spekulationen ähm ja aber was ich persönlich mir extrem wünschen würde für das neue FIFA wäre ein ja ein komplett überarbeiteter Karrieremodus sowie Manager als auch Spieler ähm das kann ich ja jetzt schon mal sagen es wird mit dem neuen äh Teil wird ein äh Road to Glory mit dem 1. FC Saarbrücken kommen ich spiele das jetzt hier einfach nur ein bisschen an ähm ach schade ähm ja genau es kommt ein Road to Glory mit Saarbrücken und steh auf meine Fresse äh da werden dann auch ähm ja ich versuche täglich die Videos rauszuhauen ich kann es äh nicht so versprechen weil ja ich hab halt auch noch normale Arbeit so oh mein Gott was macht der was macht der Junge starten wir hier wirklich in die neue Saison mit einer Niederlage Rabic kriegt den Ball sehr schön tänzelt zu viel viel zu viel warum sind auf einmal dahin so riesen Lücken ja oh leider starten wir in die neue Saison mit einem mit einer 4 zu 3 Niederlage zu Hause gegen Osnabrück da brauchen wir auch nicht lang drum herum reden ich hab wahrscheinlich durchs reden ähm bin ich ein bisschen ja gut zum Interview sparen wir uns genauso wie die Pressekonferenzen vor den Spielen finde ich eigentlich ja wie gesagt ich wünsche mir persönlich ähm dass alles so ein bisschen überarbeitet wird das war ja vor zwei Jahren oder wann das war war ja schon mal ähm ein Schritt in die richtige Richtung ähm dass die beim bei der Spielerkarriere halt eben dieses neue System mit diesen ähm Skillpunkten ähm hinzugefügt haben und sowas ähnliches wäre glaube ich auch nicht so schlecht ähm in der Manager Karriere dass man eben verschiedene Eigenschaften freischalten kann wie zum Beispiel keine Ahnung in der Halbzeit nochmal anpeitschen sowas in der Art oder äh ja ebenso so kleine Vorteile dass die letzte dass die erste Viertelstunde immer die beste ist oder die Schlussviertelstunde so irgendwie und ähm vielleicht auch dass äh dass man Stuff hat wie in den alten FIFA-Teilen da konnte man ja hier Torwarttrainer konnte man Level Mittelfeld Mittelfeldtrainer und so weiter gucken wir uns noch einmal die Nachricht an habe ich mich ja jetzt doch hier ein bisschen verplabbert äh ja Reggie Neudecker aktuelle Position ihm ist es egal wo er spielt er macht es überall gut kann von mir aus auch in der Innenverteidigung spielen und Luca Schnellbacher eine Million ist er wert soll man mal gucken ja noch 700 noch was 1000 was machen wir noch schnell gucken mal boah es wird aber sehr sehr knapp werden ähm ach ne ich hab hier doch noch 1,3 Millionen ich probiere es mal mit 900.000 würde ich sagen ich will euch aber die mal die abgeben 600k dann sind es 1,2 Millionen oh es ist ne stimmt gar nicht es ist 1 Millionen und 20.000 so oh würde ich sagen nochmal nochmal so weil die kriegen ja noch einen Spieler 390 390 uh 350 würde ich sagen so sehr schön haben wir nämlich auch Verwendung für den Grimaldi beziehungsweise die Asperger Asperger und dann verhandeln wir mal mit dem Lukas Schnellbacher er möchte eine wichtige Rolle im Kader die kriegt er natürlich weil er spielt ja dann Stamm Tragslaufzeit 4 Jahre würde ich mal sagen ist 2 Jahre vielleicht noch 3 so sehr schön Beigabesumme überspringen wir mache ich eigentlich nie rein Halt 1200 hat er dort bekommen was kriegt er bei uns kriegt er nochmal dasselbe oder ach komm Digga halt die Fresse halt einfach die Fresse ich sag's ja naja gut dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da falls es euch nicht gefallen hat einen Daumen nach unten ich freue mich auch extrem über Kommentare egal ob positiv also Zustimmung oder negativ konstruktive Kritik nur eben sachlich bleiben das war's in der nächsten Folge beziehungsweise am nächsten Spieltag spielen wir gegen die zweite aus Freiburg bis dann meine Freunde bis dann bis dann bis dann bis dann